Scheiße, da geht's ab. Sprüht vor Ironie und widerborstiger Klugheit. Das Zeug zum Kultbuch. Wut im Bauch, eine geballte Faust, Dynamit, sehr viel Dynamit, ein pochengrünes Herz und schon bist du einer von ihnen. Der amerikanische Südwesten in den 70er Jahren. Vier sympathische Saboteure im Dienste des Umweltschutzes, die es mit Unmengen von Dynamit und viel Leidenschaft ordentlich krachen lassen. Die Monkey Ranch Gang ist eine Anleitung zum zivilen Ungehorsam. Ein Bombenspaß. Die Monkey Ranch Gang von Edward Abbey, neu erschienen im Verlag Walde und Graf, mit 50 Illustrationen von Robert Crump, ausgezeichnet als eines der schönsten deutschen Bücher 2010.